Jean-Claude Van Damme eigentlich Jean-Claude Camille François van Warenberg ist ein belgischer Schauspieler. Er ist vor allem durch seine Actionfilme mit Kampfsporthandlungen bekannt geworden. Sein Spitzname lautet Allemassels from Brussels. Leben Van Damme wurde 1960 in der zweisprachigen Brüsseler Gemeinde Sint Agatha Berchem als Sohn eines Blumenhändlers geboren. Im Alter von zehn Jahren brachte ihn sein Vater zum Karate-Trainer Claude Götz. Er betrieb zudem Bodybuilding und bestritt ab 16 eine Ballettausbildung. Van Damme wurde bereits mit 19 Jahren Mittelgewichtsmeister der European Professional Karate Association. Er erwarb den schwarzen Gürtel im Shotokan Karate. 1978 wurde er MR. Bajam im Bodybuilding. Im Jahr 1982 zog er gemeinsam mit seinem Jugendfreund Michael Kissy in die USA, um dort eine Karriere als Schauspieler zu beginnen und erwarb die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Er arbeitete zunächst drei Jahre lang als Limousinenfahrer, Türsteher und Fitnesstrainer, bis er seine erste Rolle bekam. Im Jahr 1984 wurde er dank Chuck Norris in Missing in Action als Stuntman engagiert. Van Damme arbeitete zuvor als Türsteher im Club von Norris' Ehefrau, wo dieser auf ihn aufmerksam wurde. Van Damme konnte ihn überzeugen und erhielt einen Vertrag. Seine erste größere Rolle spielte Van Damme 1986 als Antagonist in Karate Tiger. 1987 war er zunächst für die Rolle als Alien im Film Predator vorgesehen, doch der Regisseur John M. C. Tiernan entschied sich, anstatt Van Damme die Rolle Kevin Peter Halt zu geben. Seinen Durchbruch konnte Van Damme letztlich 1988 mit dem Film Bloodsport feiern, der lose auf dem Leben des Kampfsportlers Frank Dux basieren soll. In den folgenden Jahren avancierte Van Damme zu einem gefragten Actionfilmschauspieler und spielte mit Filmen wie Cyborg, Karate Tiger 3 der Kickboxer ohne Ausweg oder Timecop auch in kommerziell erfolgreichen Streifen. Hervor zu heben sind dabei auch die Filme Leon und geballte Ladung Double Impact, bei denen er als Co-Autor beteiligt war, sowie seine Mitwirkung in Roland Emmerichs Universal Soldier 1992. Danach drehte er mit dem Action-Kult-Regisseur John Woo 1993 harte Ziele. 1994 folgte die zwar finanziell erfolgreiche, jedoch von Kritikern verrissene Videospielverfilmung Street Fighter. Die folgenden Jahre waren geprägt von kommerziellen Flops wie das Werk Dumbbell Team, bei dem Van Damme an der Seite von Mickey Rourke und dem ehemaligen Basketballprofi Dennis Rotman spielte, oder Filmen wie Maximum Risk sowie Universal Soldier Die Rückkehr. Mit der Legionär und Al-Quest Die Herausforderung konnte er einige Kritiker neben seinen kämpferischen Fähigkeiten auch durch seine schauspielerische Leistung überzeugen. The Quest Die Herausforderung war zudem Van Dammes Regie-Debüt, für das er auch Roger Moore in einer Hauptrolle gewinnen konnte. Ab 1999 schaffte es jedoch keiner seiner Filme mehr in die Kinos, und diese meist von Kritikern geschmähten Werke wurden direkt auf DVD veröffentlicht. 2008 erschien der Film J.C.V.D., mit welchem Van Damme zumindest in einigen Ländern wieder den Sprung in die Kinos schaffte. In dieser Tragikomödie spielt er sich selbst als giltärten und desillusionierten Actionstar mit vielen Problemen. Kritiker lobten diesen Film die kritische Selbstreflexion und die schauspielerische Leistung Van Dammes, und einige sehen darin seinen bislang besten Film. In einem Gespräch mit der britischen Tageszeitung DSUN, in dem er seinen Film J.C.V.D. besprach, erwähnte Van Damme, dass er eine Zeit lang in Los Angeles obdachlos war. Sein voriges Leben habe bestanden aus Being on the Street and Sleeping on the Street and Starving in L.A.R. Das Magazin Time lobte seine Darstellung und schauspielerische Leistung, die, nach Ansicht des Autors, im selben Jahr nur von Heath Ledger in The Dark Knight übertroffen wurde und dass er für den Film zwar keinen schwarzen Gürtel, aber einen Oscar verdient hätte. Bezüglich dieses Filmes führte Van Damme ein Gespräch mit Ben Wilson für die Zeitschrift FHM. Darin spricht er auch über seine Naivität zu Beginn seiner Karriere in Hollywood sowie seine Ängste, wobei er anmerkte, bei all dem plötzlichen Ruhm, dem Erfolg und dem plötzlichen Abstieg. Aber am Ende hatte ich nur mir die Schuld zuzuschreiben. Mit Interesse wurde anschließend auch sein nächstes Projekt, der Film The Legal Path, verfolgt, welcher bei den Filmfestspielen von Cannes 2010 seine Premiere feierte. Von Sylvester Stallone wurde Van Damme eine Rolle im Ensemble-Film The Expendables angeboten, welche dieser jedoch ablehnte. Im Nachhinein bedauerte Van Damme jedoch diese Entscheidung. Für die 2012 gedrehte Fortsetzung The Expendables 2 sagte Van Damme daher seine Mitarbeit zu, jedoch nur unter der Bedingung, dass Steven Siegel nicht ebenfalls bei dem Film mitwirke. Angesichts dessen, dass Siegel auch zu Produzenten Willerner ein inzwischen gespanntes Verhältnis pflegt, war dies für Stallone akzeptabel. Eine Rivalität und ein angespanntes Verhältnis zwischen Van Damme und Siegel besteht seit Jahren. Siegel behauptete, Van Damme sei nichts anderes als eine verkockste Fälschung. Van Damme erwiderte diese Angriffe. Ich mochte Steven Siegel. Ich war beeindruckt von seinem Mangel an Gesichtsausdrücken, besonders wenn er eine Waffe abfeuerte. Dann sah ich ihn im Fernsehen, wie er in der Talkshow von Jeleno auftrat. Er nannte mich einen Nachahmer und das verärgerte mich. Dann bin ich auf eine seiner Premieren gegangen und hab ihm meine Meinung gesagt. Siegel hatte wohl vergessen, dass ich der erste Kerl war, der mit dem 360-Grad-Tritt in der Luft berühmt wurde. Ich war der erste Typ, der einen Spagat auf der Filmleinwand machte. Van Damme. Gespräch mit Ben Wilson für FHM im Film JCVD wird diese Rivalität ebenfalls ironisch behandelt, wo Siegel Van Damme ein Filmangebot abluckst, da er bereit war, dafür seinem Pferdeschwanz zu opfern. Im Oktober 2011 führte sein Auftritt auf der Geburtstagsfeier des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kaduro, dem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, zu Kritik unter anderem von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Im Oktober 2012 wurde bekannt, dass Van Damme für ein auf 2014 geplantes Remix seines Erfolgsfilms Bloodsport nicht berücksichtigt werde. Dieser hatte gehofft eine Nebenrolle als Trainer zu bekommen und reagierte in einem auf YouTube veröffentlichten Video erbost und enttäuscht über die Entscheidung. Im selben Video erlitt er einen psychischen Zusammenbruch und entschuldigte sich dafür, seine Frau einst zugunsten des Hollywood-Glamourers verlassen zu haben. Gleichzeitig äußerte er sich negativ über den erlebten Druck im Filmbusiness. Im November 2013 verbreitete sich ein Werbespot für Volvo Trucks mit dem Titel Epic Split viral im Netz, in dem Van Damme einen Spagat auf zwei Außenspiegeln zweier rückwärtsfahrender Trucks vollführte. Van Damme führte den Stand selbst aus, war aber durch ein Fangseil gesichert. Der Spot wurde innerhalb einer Woche weltweit über 40 Millionen Mal aufgerufen und gehört damit zu den meist beachteten Werbeclips der letzten Jahre. Innerhalb weniger Tage wurde der Spot mehrfach parodiert. Privatleben Van Damme ist Vater von drei Kindern und war fünfmal verheiratet. Er war von 1980 bis 1984 mit Maria Rodriguez verheiratet, von 1985 bis 1986 mit Cynthia Derdirien, von 1987 bis 1992 mit der ehemaligen Bodybuilderin und Fitnesstrainerin Gladys Portugues, von 1994 bis 1997 mit der Schauspielerin Darce Elapier und seit 1999 wieder mit Gladys Portugues. Es traten zwei seiner Kinder in einigen seiner Filme in Nebenrollen in Erscheinung. Sein Sohn Christopher von Warenberg war zu sehen in Universal Soldier The Quest, die Herausforderung The Legal Path, Universal Soldier, Regeneration, Assassination Games und Six Bullets. Seine Tochter Bianca Bri alias Bianca von Warenberg in The Shepherd, The Legal Path, Assassination Games und Six Bullets. Er lebt mit seiner Frau in Los Angeles. Van Damme selbst macht rückblickend keinen Hehl aus einem früheren, ab 1995 bestehenden Kokainproblem. Eine 1996 begonnene Therapie brach er nach einem Monat ab und gab wöchentlich rund 10.000 Dollar für Kokain aus. Zudem leidet Van Damme an einer bipolaren Störung. Synchronsprecher Van Damme wird in deutschen Synchronfassungen seiner Filme überwiegend von Charles Rettinghaus synchronisiert. Trivia In der Fernsehserie Cosmo und Wander, wenn Elfen helfen gibt es einen Charakter, der namentlich sowie optisch auf Jean-Claude Van Damme basiert. Der Oberelf Jean-Claude Van Damme Filmografie 1984 Monaco Forever 1984 Missing in Action 1986 Karate Tiger 1988 Bloodsport 1988 Redigel 1989 Karate Tiger 3 der Kickboxer 1989 Cyborg 1990 Mit stehlerner Faust 1990 Leon 1991 Geballte Ladung Double Impact 1992 Universal Soldier 1993 Ohne Ausweg 1993 Harte Ziele 1994 1994 Street Fighter Die entscheidende Schlacht 1994 Time Cop 1995 Sudden Death 1996 The Quest Die Herausforderung 1996 Maximum Risk 1997 Double Team 1998 Knock Off 1998 Der Legionär 1999 Universal Soldier Die Rückkehr 1999 Inferno 2001 Replikant 2001 The Order 2002 Derailed Terror Ohr im Zug 2003 2003 In Hell 2004 Wake of Death 2004 Narko 2006 Second in Command 2006 Hard Corps 2006 Die Prüfung 2007 Until Death 2008 The Shepherd 2008 J.C.V.D. 2009 Universal Soldier Regeneration 2010 The Eagle Path 2011 Assassination Games 2011 Kung Fu Panda 2 2012 Dragon Eyes 2012 The Expendables 2 2012 Universal Soldier Day of Reckoning 2012 Six Bullets 2013 Enemies Closer 2013 Jungle Camp Welcome to Allet Jungle 2014 Svelter 2015 Pound of Flash 2016 Kung Fu Panda 3 Doku Reality Show 2002 E. True Hollywood Story Jean-Claude Van Damme 2010 D. Jean-Claude A. Van Damme Ledock Exklusiv 2010 Put Up Your Docks The Real Story of Bloodsport 2011 Van Damme gegen den Rest der Welt 2011 Leon Schgardins Gastauftritte 1984 Break In 1993 Last Action Hero 1996 Friends 2004 Las Vegas 2004 Narko Die Wunderbare Welt des Gustav Klopp 2006 Die Prüfung 2009 Robot Chicken 2011 B.U.R.S.U.R. LaVille 2011 2013 U.F.O. Versuche ruhig zu bleiben Auszeichnungen Goldene Himbeere 1989 Nominierung für die Goldene Himbeere in der Kategorie Schlechtester Newcomer für Bloodsport 1998 1998 Gewinner der Goldenen Himbeere in der Kategorie Schlechtestes Leinwandpaar für Dumbbell Team MTV Movie Awards 1992 1992 Nominierung für den MTV Movie Award in der Kategorie Begehrenswertester Schauspieler für Geballte Ladung Double Impact 1993 Nominierung für den MTV Movie Award in der Kategorie Begehrenswertester Schauspieler für Ohne Ausweg 1994 Nominierung für den MTV Movie Award in der Kategorie Begehrenswertester Schauspieler für Harte Ziele Toronto Film Critics Association Awards 2008 Nominiert für den Preis der Toronto Film Critics Association in der Kategorie Bester Darsteller für seine Rolle in JCVD Claude Rudess Awards 2009 Nominiert für den Claude Rudess Award in der Kategorie Bester Hauptdarsteller für seine Rolle in JCVD Holz-Kir pole 5 Untertitelung. BR 2018